Wir wollen uns mal ein bisschen über Clustering unterhalten. Beim Clustering geht es darum, dass man eine Reihe von Objekten hat. Hier zum Beispiel diese Punkte und man möchte sie zusammenfassen zu Gruppen. Und zwar so, dass dann am Ende die Elemente, die in einer Gruppe sind, sich näher sind, als wenn man jetzt zwei verschiedene Elemente aus zwei verschiedenen Gruppen holt. Also hier zum Beispiel haben wir diese Punkte in drei Cluster, k gleich drei Cluster eingeteilt, in Cluster 1, 2 und 3. Und wenn wir uns jetzt anschauen, ja hier sind die Elemente, die innerhalb des Clusters 1 sind, eng beieinander, innerhalb des Clusters 2 sind eng beieinander, innerhalb von 3 sind eng beieinander. Aber wenn wir jetzt zwei aus 1 und 2 zum Beispiel herausholen, sind die weiter voneinander entfernt. Das ist das Ziel des Clusterings, ein gutes Clustering hinzubekommen. Das heißt, eine gute Einteilung von den Objekten in Gruppen, sodass eben die Elemente, die in einer Gruppe sind, sich gegenseitig ähnlicher sind, näher beieinander liegen, als die Elemente, die in verschiedenen Gruppen liegen. Um dieses Clustering-Problem zu lösen, gibt es eine ganze Reihe von Ansätzen. Ich habe auch schon mal ein paar erwähnt in einem anderen Video, was ich unten in der Beschreibung verlinken werde. Hier geht es um eine Methode, die heißt K-Means-Clustering. Und da kommt das K drin vor, das ist diese Anzahl an Clustern, die wir haben wollen am Ende. Das heißt, wir müssen am Anfang, bevor wir überhaupt ans Clustering gehen, schon einmal wissen, in wie viele Gruppen wir die Objekte einteilen wollen. Und da fragt man sich natürlich, woher weiß ich das denn, wenn ich Daten habe, in wie viele Cluster ich die einteilen soll? Und die Antwort ist, das weiß ich im Allgemeinen nicht, sondern dann probiert man eben aus, verschiedene Ks, verschiedene Anzahl von Clustern. Und wenn sich dann herausstellt, dass bei der Vergrößerung des Ks, also wenn man noch mehr Cluster zulässt, die Qualität von den Clustern nicht deutlich mehr zunimmt, dann nimmt man eben das kleinere K. Also man vergrößert das K nur, solange es sich lohnt, solange das Clustering nachher besser wird. So, und das Spezielle vom K-Means-Clustering ist, dass es jetzt Means gibt, das heißt zu deutsch Mittelpunkte. Die habe ich hier mal eingezeichnet, jetzt jeder Cluster hier hat so einen Mittelpunkt. Und dann habe ich hier eingezeichnet mit gestrichelten Linien die Abstände der einzelnen Punkte zu ihrem jeweiligen Mittelpunkt. Und diese Abstände, das ist das Ziel des Clusterings, die sollen möglichst klein sein insgesamt. Beim K-Means-Clustering geht es also darum, dass man K-Mittelpunkte so verteilt, dass das Clustering möglichst gut wird. Und gut wird es dann, wenn die Abstände von den Punkten zum jeweils nächstgelegenen Mittelpunkt möglichst klein sind. Hier und hier habe ich jetzt zwei Mittelpunkte gewählt. Und wenn man jetzt die Abstände einzeichnet, sieht man, die sind relativ gering. Auf der rechten Seite ist es viel schlechter. Da habe ich einfach hier und hier die beiden Mittelpunkte hingesetzt. Und da sehen Sie, die gestrichenen Linien sind natürlich viel, viel länger. Das heißt, das ist jetzt hier auf der rechten Seite ein ganz schlechtes Clustering. Was wir suchen, ist eins, was möglichst gut ist. Das heißt eher so etwas auf der linken Seite. Gut, formulieren wir das Problem dieses K-Means-Clustering noch einmal ein bisschen ausführlicher und formeller. Also gegeben haben wir erstmal U, eine Menge von möglichen Positionen. U wie das Universum. Ja, also beispielsweise wären das die Menge der möglichen Positionen auf einer Ebene, wo wir dann Punkte hineinsetzen. Und wichtig, wir haben außerdem ein Distanzmaß zwischen beliebigen Positionen X und Y aus dem U. können wir immer sagen, wie weit die voneinander entfernt sind. Und dieses D, also die Distanz zwischen X und Y, sollte bitteschön auch alle Eigenschaften haben, die so ein Abstandsmaß haben sollte. Das heißt, D von X, Y sollte zum Beispiel ein Wert größer gleich 0 sein. Und wenn D von X, Y gleich 0 ist, dann heißt das, dass es X gleich Y ist. Ja, und D von X, Y soll das gleiche sein wie D von Y, X. Also insgesamt sollte das D alle Eigenschaften haben, die wir eben von einem Distanzmaß erwarten. So, und jetzt haben wir noch eine Auswahl von diesen Positionen. Da sind jetzt unsere Objekte, die wir clustern wollen. Die nennen wir M, ja. Also M ist die Menge von Objekten und das ist eine Teilmenge von dem U. Was ist jetzt gesucht? Ja, ein möglichst gutes Clustering. Und das wird bei K-Means Clustering eben als eine Menge von K-Mittelpunkten definiert. Also wir suchen jetzt eine solche Menge C. Das ist auch eine Teilmenge von U. Das ist die Menge unserer Centers, ja. Also unserer Mittelpunkt, unserer Means kann man auch sagen. Ja, und das sollen genau K sein. Das heißt, dieses K ist genau das, was hier oben steht. Ja, das ist das K in K-Means Clustering. So, und das wollen wir wählen. K, solche Punkte. Und diese Punkte sollen jetzt eine Eigenschaft aufweisen. Die sollen die Abstände minimieren. Und welche Abstände? Ja, diese DNC. Das sollen die Distanzen zum nächsten Mittelpunkt sein. DNC ist, habe ich hier unten hingeschrieben, für jeden Knoten X aus dem M hier definiert. Ja, das ist nämlich der minimale Abstand von X zu C. Wir nehmen also für jedes X aus dem M, also für jedes Objekt, was wir clustern wollen, den Abstand zum nächstgelegenen Mittelpunkt, also zum nächstgelegenen Element aus C. Und diese DNC, also das sind die Längen von diesen gestrichenen Linien, die wir eben in den Bildern hatten, die summieren wir auf und diese Summe soll insgesamt minimal sein. So wollen wir das C wählen, dass das passiert, dass diese Summe insgesamt minimal wird. Was wir also beim K-Means Clustering suchen, sind Mittelpunkte, aber das ist das Gleiche wie Cluster, denn die Mittelpunke definieren die Cluster. Wenn ich hier zum Beispiel diese beiden Mittelpunkte hier setze in diese Menge von Objekten, dann kann ich hier quasi genau zwischen die beiden Punkte die Trennlinie setzen und dann ist klar, wo die Cluster anfangen und wo sie enden. Ja, der eine Cluster ist alles, was auf der einen Seite von der Trennlinie ist und der andere Cluster auf der anderen Seite von der Trennlinie. Und genauso würde das auch funktionieren, wenn ich hier mehr als zwei Mittelpunkte hätte, also wenn das K größer als zwei wäre. Jedes Objekt aus M kommt einfach zu dem Cluster, der zu dem Mittelpunkt gehört, an dem es am nächsten dran liegt. Hier habe ich es nochmal ein bisschen formaler hingeschrieben. MC, das ist jetzt eine Teilmenge von der Gesamtmenge M. Das ist eben der Cluster, der zum Zentrum, also zum Mittelpunkt C gehört. Das sind alle X aus M, also alle Objekte, für die eben der Abstand zu diesem C, genau der minimale Abstand ist, genau das DNC, also Distanz zum nächstgelegenen Zentrum von X ist. Die Mittelpunkte definieren also, was die Cluster sind. Es ist aber auch in gewissem Sinne andersherum. Wenn ich die Cluster habe, kann ich meistens die Mittelpunkte ausrechnen, und das macht das Ganze nachher so effizient. Wenn ich hier zum Beispiel diese Punkte habe und ich möchte dort bestimmen, den Punkt, von dem die Abstände dann zu allen Punkten, die hier dargestellt sind, möglichst klein sind, dann kann ich das ausrechnen, wenn es sich bei den Objekten, die ich hier habe, um einen Vektorraum handelt. Wenn also U zum Beispiel ein R hoch D ist, R sind die reellen Zahlen, hoch D heißt es ein d-dimensionaler Vektorraum. Hier sehen Sie einen zweidimensionalen Vektorraum, da gibt es ein X und ein Y, also zwei Dimensionen. Und wenn ich das jetzt also als Vektorraum auffasse, das macht man ja dann oft so, dass man das als Pfeile vom Ursprung heraus sich vorstellt, dann kann ich diese Pfeile einfach alle miteinander addieren. Ich kann die Summe von diesen ganzen Vektoren bilden und das dann durch die Anzahl der Vektoren teilen. Dann kriege ich genau den Punkt hier in der Mitte raus. Das ist sozusagen der Mittelwert der Vektoren. So kann man das ausrechnen. Also ich summiere alle X aus diesem Cluster M hier und dann teile ich nochmal durch die Größe von M. Und dann kriege ich eben C heraus und C ist in dem Fall hier eben dieser Vektor, der genau in der Mitte liegt. Wir können das K-Mins Clustering allerdings auch auf Objekte anwenden, die keine Vektorräume sind. Hier habe ich mal ein Beispiel hingeschrieben. Das U soll die Menge aller DNA-Strings der Länge 7 sein. DNA-String bedeutet, dass die Strings mit Buchstaben aus dem Alphabet A, C, G, T gemacht sind. Und dann brauche ich natürlich noch ein Distanzmaß D von X, Y und dann kann ich zum Beispiel die Hemming-Distanz nehmen. Das heißt die Anzahl der unterschiedlichen Buchstaben bei zwei Strings. Also ich nehme mir zwei Strings, schreibe die untereinander und dann zähle ich an wie vielen Spalten ich unterschiedliche Buchstaben habe. Und diese Zahl, das ist dann die Hemming-Distanz. Das ist kein Vektorraum. Ich kann Strings nicht einfach miteinander addieren. Nicht zwei Strings der Länge 7 nehmen und dann addieren. Dann kriege ich noch einen anderen String der Länge 7 heraus, der dann die Summe der beiden ist. Das macht keinen Sinn. Also das ist kein Vektorraum. Dennoch kann ich hier kein Hemming-Clustering anwenden. Ich muss nur sagen, was ist denn, wenn ich jetzt hier so ein Cluster gegeben habe, also das seien jetzt hier ein paar Sequenzen, die in meiner Menge M sind, was denn davon der Mittelpunkt ist. Und das kann ich hier ganz einfach dadurch bestimmen, indem ich sage, ich nehme die Konsensus-Sequenz. Und wie kriege ich die heraus? Ich schaue mir einfach in jeder Spalte an, welcher Buchstabe am häufigsten vorkommt. Und den Buchstaben schreibe ich dann hier unten hin. Also in der ersten Spalte kommt das G am häufigsten vor, in der zweiten das A, dann das T, dann wieder das T, dann das A, dann das C und das A. Und die Konsensus-Sequenz von dieser Menge M wäre dann also Gattaca. Und dieser String Gattaca hat dann die Eigenschaft, dass wenn ich jetzt die Hemming-Distanzen von Gattaca zu allen Strings, die hier oben drin sind, aufsummiere, diese Summe minimal ist. Ja, also es gibt keinen anderen String hier unten, den ich stattdessen wählen könnte, wo die Summe der Hemming-Distanzen zu allen Strings hier in M insgesamt dann am Schluss geringer wäre. Wenn ich das Clustering-Problem so definiere, wie ich das jetzt eben gemacht habe beim K-Means-Clustering, dann kann ich ein paar sehr schöne Eigenschaften von diesen Clustern beobachten. Zum einen stellt sich heraus, dass jeder weitere Mittelpunkt, den ich mir gönne, also wenn ich noch das K vergrößere, dazu führt, dass insgesamt nachher die Distanzsumme, also die Summe dieser DNC-Werte geringer wird. Also ich kann das Clustering immer mehr verbessern, sozusagen, indem ich mehr Mittelpunkte einführe. Und wir hatten eben schon gesagt, das hat natürlich seine vernünftige Grenze. Es macht keinen Sinn, das K zu groß zu wählen. Beispielsweise könnte ich das K so groß wählen, wie ich Elemente in meiner Menge M habe. Dann hätte ich jedes einzelne Objekt seinen eigenen Mittelpunkt. Dann ist natürlich ein Optimum erreicht. Das macht dann aber kein Clustering mehr. Das heißt, ich versuche die Anzahl K möglichst klein zu halten, aber so, dass insgesamt die Distanzsumme noch niedrig genug wird. Aus der ersten Beobachtung folgt jetzt direkt die zweite Beobachtung. Jedenfalls dann, wenn wir das K nicht zu groß wählen, also wenn es nicht größer wird, die Anzahl der Objekte, die wir haben. Nämlich, dass kein Cluster am Ende des Clusterings leer sein wird. Das wäre Verschwendung. Also wir haben ja eben gesagt, wenn wir zusätzliche Mittelpunkte haben, können wir das Clustering verbessern. Wenn wir jetzt ein Cluster einfach leer lassen, also einen Mittelpunkt sozusagen gar nicht verwenden, dann haben wir diese Möglichkeit, das Clustering zu verbessern, also die Abstandssumme zu verringern, nicht genutzt. Und das machen wir natürlich nicht. Wir versuchen ja eine möglichst geringe Distanzsumme zustande zu bekommen. Und das bekommen wir nur danach raus, wenn die Cluster am Ende nicht leer sind. Und drittens können wir beobachten, dass sich mit dem Ansatz, den wir hier verfolgt haben, die Cluster, die sich dadurch bilden, niemals gegenseitig überschneiden werden. Das liegt einfach daran, weil die Cluster eben durch Mittelpunkte definiert worden sind. Und hier, schauen wir nochmal zurück zu dem Bild vorhin, sehen wir sehr eindrucksvoll, warum sich die nicht überschneiden können, weil es eben Trennlinien gibt sozusagen zwischen den Mittelpunkten, die dann genau dafür sorgen, dass auf der einen Seite der eine Cluster ist, auf der anderen Seite der andere. Was allerdings passieren könnte, ist, dass genau auf der Trennlinie ein Knoten liegt, bei dem wir dann nicht wissen, soll er auf der einen oder auf der anderen Seite sein. Das kann insbesondere bei dem Algorithmus, den wir uns dann gleich anschauen, passieren. Und das führt dann dazu, dass man dann eventuell verschiedene Arten Clustering herausbekommt durch den Algorithmus. Bei der Definition des Clusterings ist das allerdings gar kein großes Problem. Denn stellen wir uns zum Beispiel vor, dass wir jetzt diesen grünen Punkt hier zur blauen Gruppe hinzuziehen, dass der also zu dem linken Cluster dazukommt, dann würde das dafür sorgen, dass der Mittelpunkt hier ein bisschen weiter nach rechts rücken würde. Und dann würde diese Trennlinie auch ein bisschen weiter sich nach rechts verschieben und dann wäre der grüne Punkt ganz klar auf der linken Seite von dieser Trennlinie geraten und wir hätten wieder nicht den Punkt genau auf der Trennlinie. Was wir aber auf jeden Fall zugeben müssen, ist, dass das Clustering nicht immer eindeutig sein muss. Hier sehen wir ein Beispiel dafür. Also wenn wir hier vier Punkte haben, die genau auf den Ecken eines Quadrates liegen, dann kann ich die entweder so clustern oder so clustern. Und das sind beides gleich gute Clusterings einfach aus Symmetriegründen. Also es ist nicht eindeutig, welches Clustering am Ende bei herauskommen muss. Es gibt also nicht immer nur ein bestes Clustering für eine gegebene Menge M von Objekten, sondern es kann manchmal auch mehrere beste Clusterings geben. Eine andere Einschränkung, die wir uns klar machen müssen, ist, dass die Clusterform nicht beliebig ist. Nehmen wir hier zum Beispiel diese Punktmenge hier als Beispiel. Da ist, wenn wir sie so hier darstellen, ziemlich klar, wie die Cluster gerne aussehen sollten. Ja, hier auf der linken Seite haben wir ein Cluster und auf der rechten Seite haben wir noch ein Cluster und die Mittelpunkte habe ich hier eingezeichnet. Wenn ich jetzt aber nochmal einen Schritt zurückgehe und diese Punktmenge ein bisschen verändere, also zum Beispiel hier diesen Teil ein bisschen hier reinschiebe, sodass die sich gegenseitig ein wenig überlappen, dann sind das ja immer noch voneinander getrennte Objekte, könnte man denken. Aber bei einem solchen Fall hat K-Means Clustering keine Chance, diesen Teil und diesen Teil in verschiedene Cluster zu bringen. Das liegt einfach daran, dass wir nicht hier irgendwo einen Mittelpunkt setzen. Natürlich dieser Punkt, der ja eigentlich zum anderen Cluster gehören sollte, auch mit hineingeredet, auch näher dran ist als an einem anderen Mittelpunkt. Wir sehen also, was K-Means Clustering für Cluster erzeugt, muss nicht immer mit dem übereinstimmen, was wir, wenn wir so ein Bild zum Beispiel im Zweidimensionalen sehen, als Cluster gerne hätten. Man könnte auch sagen, dass K-Means Clustering dazu neigt, Cluster als runde Gebilde zu konstruieren. Das liegt einfach an den Symmetrie-Eigenschaften der Distanzmaße. Wenn ich eine normale euklidische Distanz in einem dedimensionalen Raum verwende, dann heißt das, dass die Objekte, die in der Nähe sind, von einem Mittelpunkt eben innerhalb einer Kugel liegen. Wenn aber die Cluster, die wir in der Menge M tatsächlich haben oder gerne hätten, ganz anders aussehen als solche Überkugeln, dann müssen wir entweder ein anderes Clustering-Verfahren anwenden als dieses K-Means Clustering oder wir müssen zum Beispiel, wenn wir denn unbedingt K-Means verwenden wollen, vielleicht die Daten transformieren in einen anderen Raum, in dem dann die Objekte, die wir zusammen clustern wollen, dann enger beieinander und kugelförmigere Cluster sozusagen bilden. Jetzt haben wir das Problem verstanden, das K-Means Clustering-Problem. Eben die Frage ist, wie können wir denn jetzt gegeben eine Menge M von Objekten tatsächlich so ein Clustering berechnen? Und da gibt es verschiedene Algorithmen. Ich möchte Ihnen hier den einfachsten Algorithmus, der einfach als der K-Means Clustering-Algorithmus zählt, einen Algorithmus von Lloyd vorstellen. Und ich nenne ihn einfach K-Means. Und der bekommt eben M die Menge von Objekten, die geklustert werden sollen. Und dann wichtig, dass K natürlich eine natürliche Zahl, die Anzahl der Cluster, die wir gerne hätten. Und es geht nun so los, dass ich mir als Mittelpunkte einfach mal Positionen in dem M auswähle, und zwar zufällig. Ich fange also an, dass ich mir Mittelpunkte auswähle direkt aus M. Das C ist also eine Teilmenge von M, und das sollen genau K zufällig ausgewählte Positionen aus dieser Menge M sein. Und nun wiederhole ich folgenden Prozess, solange sich das C noch verändert. Also am Anfang muss ich einmal hier durchgehen und schauen, ob es sich verändert. Und wenn es sich dann nicht verändert hat, dann lasse ich, sonst gehe ich nochmal durch, solange, bis sich keine Änderung mehr ergibt. Und zwar mache ich folgende zwei Schritte. Zum Ersten habe ich ja jetzt die Zentren C, also die Mittelpunkte, jetzt kann ich die Cluster bestimmen. Also ich berechne diese MC, diese Mengen von Elementen aus dem M, die dann jeweils zu dem nächstgelegenen Element aus dem C gehören. Da gehören natürlich, weil ich ja am Anfang diese Mittelpunten, die direkt aus M geholt habe, die Punkte C natürlich direkt zu sich selbst. Die sind ja sich selbst am nächsten, da haben wir eine Distanz von 0. Aber die Cluster können auch größer werden, weil wir ja wahrscheinlich hier noch weitere Objekte in M drin haben, die dann jeweils zu dem Cluster dazukommen, an dem sie am nächsten dran liegen. Nun habe ich mein M also partitioniert in verschiedene Mengen MC. Für jedes C, Klein-C aus Groß-C, habe ich sozusagen jetzt ein eigenes Cluster gebildet. Und jetzt stelle ich aber fest, ja, jetzt habe ich hier Cluster, aber ich habe ja nicht den optimalen Mittelpunkt eventuell. Den kann ich ja jetzt ausrechnen, indem ich zu jedem MC also dann einen neuen Mittelwert bestimme, eben wenn es ein Vektorraum ist, indem ich alle Objekte in dem MC miteinander addiere und dann den Durchschnitt bilde. Oder wenn es kein Vektorraum ist, eben auf eine andere Weise, wie wir das eben bei den DNA-Strings gesehen haben, da bilden wir eben eine Konsensusfrequenz. Und dann packen wir diese neue Mittelpunkte jetzt als neues C, als neues Groß-C in diese Menge von Mittelpunkten hinein. Und das wiederholen wir eben so lange, bis sich durch die Berechnung der neuen Mittelpunkte hier oben keine Änderungen mehr in den Clustern MC ergeben. Dieses Schleifen im Algorithmus ist also deswegen nötig, weil wenn wir am Anfang mit irgendwelchen Mittelpunkten anfangen, die nicht unbedingt optimal sind und durch neue Mittelpunkte kann sich dann das Clustering verändern. Schauen Sie sich mal dieses Beispiel an. Hier habe ich diese Punktmenge und das K soll 2 sein. Ich will also 2 Cluster haben und es fällt natürlich sofort ins Auge, was ich gerne hätte. Hier soll nachher ein Cluster sein und hier ein anderer Cluster. Aber jetzt habe ich Pech gehabt bei der zufälligen Wahl meiner Zentren ganz am Anfang. Ich habe diesen Punkt hier ausgewählt und diesen hier. Und die liegen ja ziemlich weit am Rand von den jeweiligen Clustern. Und wenn ich jetzt die Mengen MC bestimme, also bestimme, welche Punkte jetzt zu welchem Cluster gehören, dann stelle ich fest, ja hier gibt es ein paar Punkte, die näher an diesem Zentrum dran liegen als diesem hier. Das heißt, die werden jetzt blau. Das ist natürlich ein bisschen hässlich, aber es ist kein großes Problem, denn jetzt kommt ja der zweite Teil dieses Clustering-Algorithmus. Jetzt berechne ich ja aus den Mengen MC die neuen Mittelpunkte. Dann werden sich diese Mittelpunkte hier natürlich ein bisschen verschieben, ein bisschen nach links verschieben in dem Fall natürlich. Und dann kommen sie zum Beispiel an diesen Positionen zum Stehen. Und wenn wir jetzt den nächsten Schleifendurchlauf machen, also wieder die Cluster MC berechnen, stellen wir fest, aha, jetzt liegen diese Punkte plötzlich doch näher an dem roten als an dem blauen Zentrum. Und jetzt sehen die Cluster schon besser aus. Und durch diese Änderungen werden sich dann natürlich auch wieder die Zentren ein bisschen verschieben, die Mittelpunkte ein bisschen verschieben. Und wenn wir jetzt nochmal durchlaufen, stellen wir fest, jetzt ändert sich nichts mehr. Ja, jetzt liegen die Cluster sehr schön definiert da. Und es passiert nicht mehr, dass ein Punkt, der vorher in dem einen Cluster war, in den anderen wandert. Und jetzt ist der Algorithmus fertig, denn jetzt ergibt sich keine Änderung mehr. Was wir bei dem Algorithmus also sehen ist, dass sich bei jedem neuen Durchlauf, bei dem sich wirklich was ändert, auch durch die Änderung eine Verbesserung des Clusterings ergibt. Verbesserung in dem Sinne, dass sich die Längen der Abstände von den Punkten zu ihren jeweiligen Mittelpunkten insgesamt verringern. Also nicht unbedingt für jedes einzelne Objekt, aber die Summe der Abstände von den Objekten zu ihrem jeweiligen Mittelpunkt verbessert sich, einfach weil ich hier optimale Mittelpunkte ausrechne. Ja, und dann kann sich natürlich das Clustering verändern, aber durch das Veränderung des Clusterings verbessert sich das Ganze ja auch wieder. Also es wird bei jedem Durchlauf höchstens besser. Und nun sehen wir, dass ja die Anzahl der verschiedenen Durchläufe auch nicht unendlich groß sein kann, weil wir ja nur eine ähnliche Menge von Objekten haben. Und die Zahl der unterschiedlichen Clusterings, die ich bei einer endlichen Anzahl von Objekten machen kann, ist ja auch nur endlich groß. Das heißt, es kann nicht sein, dass ich mich immer weitere verbessere und dann sozusagen einem Optimum nur annähere, sondern irgendwann ist ein Optimum tatsächlich erreicht. Dann verbessere ich nichts mehr durch einen Durchlauf hier. Es verändert sich nichts mehr und dann kann tatsächlich K-Means Clustering enden. Der Algorithmus stoppt also immer. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass er in eine unendliche Schleife läuft. Allerdings, Vorsicht, ich habe eben gesagt, er hat irgendwann ein Optimum erreicht und das stimmt nicht ganz, denn das, was er erreicht, ist nicht unbedingt ein globales Optimum, sondern es kann auch nur ein lokales sein. Also an einer Stelle, wo sich ja nichts mehr verändert, wo ich dann durch neue Berechnungen von Mittelpunkten nichts mehr verbessern kann. Aber es gibt trotzdem noch andere Möglichkeiten, Mittelpunkte zu wählen, wo dann ein besseres Clustering bei herauskommt. Hier sehen Sie so ein Beispiel. Jetzt ist K gleich 3. Und ich habe hier tatsächlich auch drei schöne Cluster, die ich gerne so auch herausbekommen würde vom Algorithmus. Aber da habe ich Pech gehabt. Bei der Wahl meiner Zentren, ich habe hier diese drei Punkte gewählt und jetzt liegen hier zwei Startpunkte in einem Cluster drin. Und wenn ich jetzt den Algorithmus durchführe, wird erstmal alles, was hier in diesen beiden Punkten ist, in einen Cluster geben. Und diese beiden Punkte hier werden dann diesen dritten Klasse sozusagen in zwei Teile zerteilen. Und das Problem ist, dass sich das auch nicht mehr löst. Ja, das löst sich auch nicht mehr auf, denn dann wandern hier diese Mittelpunkte an diese Stellen. Und wenn ich das jetzt nochmal neu durchführe, wird sich herausstellen, dass tatsächlich dieser Punkt auch weiterhin näher an dem Blauen liegt als an einem von den anderen. Das heißt, Clustering verändert sich nicht mehr. Und das ist dann das Ergebnis. Das ist K-Means Clustering, also Algorithmus. Und das ist natürlich bei weitem nicht optimal. Manchmal geht K-Means also schief. Das ist schade. Was können wir denn da machen? Ja, zum einen können wir es einfach mehrfach wiederholen. Wir haben ja hier einfach Pech gehabt bei der Wahl, bei der zufälligen Wahl unserer Startmittelpunkte. Wenn wir andere gewählt hätten, also zum Beispiel aus jedem dieser drei Abschnitte einen, dann wäre das nicht passiert. Dann hätten wir ein besseres Clustering bekommen. Wenn wir jetzt einfach den Algorithmus also mehrfach wiederholen und dann das beste Ergebnis am Schluss nehmen, haben wir eine gute Chance, tatsächlich ein gutes Clustering zu bekommen. Es gibt auch andere Ansätze, mit denen man versuchen kann, schon von Anfang an möglichst gute Startpositionen zu finden. Da gibt es da einen Algorithmus, der heißt K-Means++, sozusagen um eine verbesserte Version von K-Means. Auf den will ich aber in diesem Video nicht eingehen. Insgesamt müssen wir aber zugeben, dass der Algorithmus so nützlich und so einfach und schnell er auch ist, uns nicht garantiert, dass er tatsächlich das beste Clustering findet. Es ist eine Heuristik. Oder man könnte auch sagen, weil es ja ein zufallsgesteuerte Algorithmus ist, ein Monte Carlo-Verfahren. Mit dem hier gezeigten Algorithmus von Lloyd kann ich also relativ gute K-Means-Clusters herausbekommen, aber ich habe keine Garantie, dass ich tatsächlich ein optimales Clustering bekomme. In den meisten Fällen reicht es mir aber aus, ein gutes zu bekommen und ich muss nicht unbedingt das Beste haben.